Wer mit Respekt auf dieses Land und seine Menschen liegt, der würde dafür sorgen, dass seine wichtigsten Mitarbeiter ein Vorbild an Leistung und Qualifikation sind. Respekt bedeutet, unser Land in jedem Moment und in jeder Position in die besten Hände zu legen. Wer Respekt vor diesem Land hat, der nennt eine offenkundig unfähige Frau wie Christine Lambrecht nicht eine erstklassige Verteidigungsministerin und der sorgt dafür, dass seine Partei keine Kaste von Schnöselbonzen heranzieht wie Kevin Krösus-Kühnert. Kein Mensch im Land glaubt, dass Kevin Krösus-Kühnert in dieser Legislaturperiode irgendetwas leistet, was eine Million Euro wert wäre. Der einzige politische Gedanke, den Kevin Krösus-Kühnert je gehabt hat, lautet wegnehmen und umverteilen. Die Frage ist also, warum er diesen Gedanken nie auf sich selbst angewendet hat, sondern immer nur auf andere Menschen, die schon mal gearbeitet haben. Die Millionen, die Kevin Krösus-Kühnert verdient, wäre überall besser aufgehoben als bei Kevin Krösus-Kühnert.